Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen ASMR Video. Das neue Jahr ist jetzt schon echt alt und ich habe meinen neuen Kalender aber einfach immer noch nicht benutzt. Und das werden wir heute gemeinsam ändern und den ein bisschen einrichten, starten da reinzuschreiben und ein paar Geräusche mit dem neuen Kalender machen. Schreibt mir doch bitte gerne mal in die Kommentare. Beim letzten ASMR Video habe ich Soft Spoken genutzt und heute flüstere ich wieder, was euch vielleicht besser gefällt oder ob ihr beides mögt und das gerne immer im Wechsel haben wollt. Ansonsten, wenn euch dieses ASMR Video auch wieder gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. So, hinterlasst mir doch gerne einen lieben Kommentar, welche ASMR Videos ihr euch in Zukunft wünscht. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Also das hier ist erstmal mein Kalender vom letzten Jahr. Ich habe die Jahre zuvor mir den My Lovely Planner gekauft. Der ist aber relativ teuer und eigentlich muss man so viel Geld für einen Kalender nicht ausgeben. Und ich hatte dann im letzten Jahr einfach nur von, ich glaube von Action oder Teddy, von Teddy war der bestimmt. Den hier. Das war nur so ein Tagesplaner. Da war nicht mal... Da war nicht mal das Datum vorgetragen. Und was für mich ein Kalender aber immer haben muss, ist eine ganze Seite für einen Tag. Das ist mir wichtig, das brauche ich so. Ich brauche ganz viel Platz zum Planen. Und ja. Das war also der Kalender vom letzten Jahr und ich wollte einfach durchgucken. Ich wollte mir zum Beispiel diesen Spruch hier wieder mitnehmen, den ich mir hier... Den ich mir hier vorne so aufgeklebt hatte. Es darf mir gut gehen. Ich nehme an, was zu mir kommt. Also den möchte ich wieder verwenden. Und dann sind hier nur so ein paar... Zettelchen und Briefchen. Okay. Also das ist eine Erinnerung. Das muss ich mir noch wieder in den neuen Kalender stellen. Und das war mein... Mein Lesezeichen. Hab ich auch mal selber gemacht, einfach. Das ist einfach Pappe. Und Woschi-Tape. Und hier so ein Pimmel dran. Okay. Also der darf heute gehen. Und den neuen hab ich mir tatsächlich auch wieder nur bei Teddy gekauft. Und der hat aber diesmal das Datum vorgetragen. Das war mir wichtig, weil das hat mich dann doch genervt. Und zwar der hier. Ich fand das so schön. Mit den Schmetterlingen. Und hier 20, 24. Und der hat zum Glück auch so ein Bändchen hier dran. Das heißt, ich brauche kein Lesezeichen mehr. Okay. So, und den hatte ich mir nur so random. Sachen schon so reingelegt. Und das müssen wir jetzt alles ein bisschen besser sortieren. Also, wir suchen uns mal das Datum von heute überhaupt. Also, hier steht wirklich noch gar nichts drin. Weil ich noch nicht so richtig im Planungs- und Arbeitsmodus angekommen bin. Weil jetzt ein paar Aufgaben dazwischen kamen. Und ich muss mir kurz was eintragen. So. Was willst du als erstes hier reinpacken? Was ist das hier? Ich hab mir nämlich einen Brief geschrieben. Geschrieben hab ich den am 29.12.2023. Und öffne den da am 29.12.2024. Das heißt, wir legen den jetzt an die richtige Stelle. So. Dann packen wir das hier wieder hin als Erinnerung, weil ich das brauche. So, dann muss ich mir noch ein paar To-Do's hier eintragen. Ich hab nämlich hier noch was auf so einem kleinen Klebezettel. So, dann haben wir hier wieder den Zettel, der da wieder anbohlen. Vielleicht klebe ich mir den einfach immer in den jeweiligen Tag. Und nehm den so für mich mit. Als nächstes. Ich habe auch im Jahr 2023 das 13-Wünsche-Ritual gemacht. Und da verbrennt man ja jede Nacht einen Wunsch für das neue Jahr. Und ein 13. Wunsch bleibt übrig. Und für den ist man selbst verantwortlich. Und diesen Wunsch, den klebe ich mir jetzt ganz hier vorne rein. Und hier infer wir zu toujours kommen. Da muss der Zeit unbedingt vergessen! Über day warst du noch an Wunsch ... Und da bis auf die Reise ہimke. Sobald lä smeig topje. BPM3 Hmm. Das wird echtneig. partes! Wo ist denn jetzt der Anfang? Wo ist denn jetzt der Anfang? Okay, dann habe ich hier noch so lustige Stickerchen. Die waren bei meinem neuen Notizbuch dabei und hier steht zum Beispiel, du bist toll. Spread kindness, good vibes only, mehr Amore, life is now. Hey du, hab einen tollen Tag. Ciao Bella, it's a good day to be happy. Alles wird gut, wenn du auf ein Zeichen wartest. Hier ist es. Guck mal. Und die lege ich mir jetzt einfach auch immer an die jeweilige Woche. Und wenn ich dann nächste Woche anfange, meine Woche wirklich zu planen, dann nutze ich auch die kleinen lustigen Stickerchen ein bisschen. Ich bin kein Typ für so dieses ganze mit bunten Farben und tollen Schriften und Washi-Tape und Stickerchen und so. Aber so ein bisschen was Kleines darf ab und zu schon mal sein. Also so ein richtiges Journal benutze ich nicht und ich hatte auch, glaube ich, auch nicht das Durchhaltevermögen, um sowas dauerhaft wirklich zu nutzen. Jetzt habe ich hier noch so einen Zettel. Jetzt habe ich hier noch so einen Zettel. Und da habe ich mir mal ein paar Themen notiert. Da war plötzlich meine Speicherkarte leer und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Also ich habe hier einen Zettel. Da stehen so Sachen drauf, die ich mal auf Social Media irgendwie als Post verfassen wollte. Und dafür gibt es aber mittlerweile eine Notiz in meiner Notizen-App. Und deswegen muss ich das dort einpflegen. Und weil ich das jetzt garantiert nicht mache, muss ich mir das leider auch in meinen Kalender legen. Und das bei Gelegenheit mal machen. Und so lange wird dieser Zettel in diesem Kalender mitwandern. Ich kenne mich. Und das war es auch schon mit meinem Video zu meinem Kalender für 2024. Mehr Zeit habe ich auch nicht, weil die Bauern weiter zurück sind, wie ihr hört. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020